Guten Morgen! Ich habe es ja versprochen, unfassbar. Ich konnte sogar nicht nur meinen Kollegen dazu begeistern, mal ganz kurz ein kleines Hallo in die Runde zu werfen, sondern sogar eine Kollegin. Guten Morgen! Und ihr seht unglaublich gute Laune hier in, wo sind wir denn? Köln. In Köln am Rhein. Also uns fällt gleich die Freude aus dem Gesicht. Heute dürfen wir arbeiten, toll trainieren, rock'n'roll machen. Oh Gott, bin ich schon aufgeregt. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Tschüss. Und bis dahin. Ciao. Servus.